Hallo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zum vierten Adventkalender am Türchen. Heute wieder eine Runde Fortnite Battle Royale im Solo unterwegs und wie ihr wisst, habe ich schon mal ein Fortnite wieder aufgenommen und hochgeladen, also mein Bruder hochgeladen und das war da wo ich 20 games plus gemacht habe, aber noch in meinem Lieblingsmodus in Disco-Dominanz. Epic Games, wenn ihr das hört, bitte gib Disco-Dominanz wieder rein und gib Gruppenkeile raus, bitte. Wer von euch mag bitte Gruppenkeile, schreibt es mir in die Kommentare, ich mag es gar nicht. Und dann, wir sind hier mit dem Wolf unterwegs und mit dem Tacho-Zähler-Kapper, nein mit dem Kills-Zähler, wow. Wow. Jetzt war die Qual der Wahl, was soll ich mitnehmen? Das oder das? Wie langst du bloß aus dem Modus, wenn du auspischst? So Leute. Wie findet ihr die Pumpgun? Die macht auf Headshot 210 Schaden und auf normalen Body-Shot macht die 110,9 Schaden. Das ist so OP. Also eigentlich mal wieder eine Pumpe, die One-Shot macht. Also One-Shot. Die Gegner. Ja. Kannst du erst mal meine Settings im Obergestatt haben? So. So, ja beim Mitsammeln. Glaublich, dass ja viele Gegner sein werden, weil ich weiß nicht, warum die Mail eigentlich nicht gehabt ist. Aber ich bin eh froh, dass es nicht gehabt ist, weil sonst kann man eigentlich auch gar nicht mehr landen. Aber ich, ich finde trotzdem, dass das feurige Tomato viel geiler war. Also mit der Tomate jetzt nichts sowieso ist das verwinkelt und ich finde das auch nicht schlimm, aber ich habe das andere einfach besser gefunden, Leute. Okay, natürlich ist da nie eine Kiste fast, aber es könnte dann hier spawnen. Soll ich hier noch ein paar Mets gönnen. Ich kann auch nichts tun, wenn keine Gegner kommen, Leute. Aber es leben ja noch 50, ähm 49 Gegner. So 50 mit mir. Okay, die verbinden über 5 Minuten. So. Dann machen wir das so leider. Passt das ja. Die R könnte man noch erneuern. Uh. Leute, Leute, Leute. Warte kurz, ich schieße das auch weg. Ist egal, ob das jetzt OP ist oder nicht. Oh mein Gott. Explosions. Oh mein Gott. 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 Das waren jetzt 9 Dynamite hinterherland. Wie viel laut das war. Wie viel. Explosiert auf Röst. Oh. Ja, 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 Leute. Die Börst in Lila. Oder am Salmenschirm wäre es eigentlich, aber jeder weiß eigentlich, dass das eine Börst ist. Oh. Oder die Lila Niska. Die ist natürlich noch geiler. 500 Holz haben wir schon im Start. Okay. Ich hätte nicht geglaubt, dass wir nicht so viel noch ab, äh, äh, schon haben, aber. Also, ja. Beschweren kann ich mich da über weniger. Haha. Uh, jetzt warte ich schnappert. Oh mein Gott. Hä, was? Äh, was? Äh, hast du das gesehen? Ja, natürlich. Wow. Ja, Mann. Das war's schon mal. Komplettgegner. Oh. Hat er mich jetzt gesehen, oder was? Oh. Oh, da gibt's. Ja, ich muss kurz, äh, campen, Leute. Sorry. Oh mein Gott, Leute. Da geht die Post ab. Da gehen wir wahrscheinlich eigentlich nicht rein. Dann. Wäre eigentlich zu dumm da zum reingehen, wäre unser sicherer Tod aber. Keinen Bock, da reinzugehen. Oh, da ist auch ein Angriffsweiger. Paladinenhund, oder wie du da halt er hast. Oh. Oh. Oh mein Gott, Leute. Da geht's gerade. Huch. Huch, huch, huch. Das war's fast gewesen. So. Bandhop. Oh, geiler Bandhop. Oh Mann. Ist der noch schön den Schaden gedrückt, der Gegner? Ja. Das war's. Wow. Bam. Was? Was? Boah, hier. Boah, dieser Schaden. Spray! Woah-ho, oh. Oh mein Gott. Haus entschuldig sein? Nein, mit mir. Oh mein Gott. So Leute, alles Gold. Scheißegal, was ich anfasse. Ich bin pures Gold. Außer der, ja natürlich, die ist pures Lilla. Oh, Chapit auch noch, oh mein Gott Leute. Die Rune kann perfekt werden. Perfekt. Aber bisher waren die Gegner auch nicht gerade die Besten. Ich hab sie gerade... Ich hab sie gerade... Leute, irgendwie kann ich jetzt immer besser Bunnyhop machen. Ich schieß da runter. Ich hab's nicht mehr geschafft. Mal. Ja, geht das noch mal? Ja, geht das noch mal? Okay, Leute, jetzt haben wir 100 zu 100, haben wir, wie soll ich sagen, den Biggie gegönnt? Nein, ich habe ihn gekauft. Oh, shit. Oh, was? Das war ein Angstschuss, Leute. Das war ein Warnschuss. Oh, jetzt ist der Lied von der Seite. Ja, moin. Oh, ist gar nicht tot. Das war ein Warnschuss. Oh, shit. Oh, shit. Das war ein Warnschuss. Das war ein Warnschuss. Oh, shit. Leute, was? Du bist? Dobe? Ist das noch ein Saugegner left? Ja, vielleicht hat er nicht gesehen. Okay. Oh, meine Hände sind so kalt. Mein Bessegner du auf einen Stück, ne? Okay. Ich hoffe einfach noch, dass da vorne ein Gegner ist, wenn der andere mit der Snapper attackiert. Können wir mal gucken? Nope. Hier ist keiner drin. Oh, nein. Soll ich das nachladen? Natürlich. Er gibt erst eine Hit Headshot. Er ist der beste Spieler, Leute. Ich weiß gar nicht, wo steht der überhaupt? Achso. Das war's. Ich hab keine Zeit. Ich hatte noch einen Sammeln. Leider. Ich bin ein Warnschuss. Ein Warnschuss. Ich bin ein Warnschuss. Ein Warnschuss. Er ist das längst du in. Ich bin ein Warnschuss. Warum muss ich immer gegen den Fels Urkosommer spülen? Nein, ich bin tot, Leute. Was soll man tun, machen wir gegen schwedische Mafias? Nein, du spielst in der schwedischen Mafia oder was, wenn man gegen den verliert. Komm, das Wochenende hat er den Kills gehabt. Das ist einfach von Weihnachten. Tschüss.